Ja, ja, ja. Wir führen einen verblüffend gut Runden. Ja, gucken wir mal. Wir sind noch nicht in der Lobby angekommen und der hat noch nicht sein Okay gegeben. Immer schön pessimistisch bleiben, dann geht's. Immer schön pessimistisch bleiben. Ja, okay. Direkt, okay. Also immer schön pessimistisch bleiben, ne? Immer schön pessimistisch bleiben, Kenners. Ja, da kann man auch nicht enttäuscht werden. Genau, da kann man auch nicht einfach nicht enttäuscht werden, wenn man pessimistisch durchs Leben geht. Das ist meine Devise. Soll ich mich jetzt nur um Haken kümmern? Nein, du sollst Kalli die Haken lassen. Ich bin jetzt auf Mac gewechselt, weil ich kann es fünfmal sagen, es wird trotzdem ignoriert. Deswegen mach jetzt Mac, mir ist Pups egal. Dann mach ich jetzt Haken. Mach. Aber wehe, es ist ein Haken da. Dann kriegst du Ärger von mir. Du musst mir aber ein bisschen Zeit lassen. Du musst... Das muss nicht mir sein, das muss dem Killer sagen. Mir ist es Pups. Aber die Haken müssen gemacht sein. Ich hab eben auch nur drei Haken gemacht. Mehr hab ich nicht. Ja, das ist der Haken beim Haken. Oh, fuck. Ich hasse die, die will nicht. Oh, ich mag den. Der ist toll. So lange, bis man die Kettensieger im Rücken hat. Genau. Und wenn er die gut spielen kann, dann hast du ein Problem. Wahrscheinlich hat er deswegen auch direkt gesagt, ich hab ruhig abzumessen. Das ist halt alles nur Frischfleisch. Er kommt zu mir. Ich vergesse ja immer, dass ich auf Mac hier Spine Chill auf drei habe. Wow, falsche Richtung. Dann hier ist nur rings. Schon wieder falsche Richtung. Die Geräusche kommen aus der falschen Richtung. Nein! Dann solltest du gleich mal dann... Der hat bei Daylight wieder neu starten. Ja. Rüber. Ach, Glück gehabt. Ich hab jetzt mal aus einer Kiste Medikits bekommen. Wuuu. Das ist... Du musst dein Spiel neu starten. So geht das nicht. So lange kann ich mich nicht mal beschäftigen, ja. Der Grad reicht es nicht. Wo ist denn das Fenster hier zu? Ach, da ist er jetzt. Das ist total verwirrend mit den Geräuschen. Du musst immer in die gegengesetzte Richtung laufen. Ja. Ich glaube, er hat keine Lust mehr für mich. Oder hätte jemand anders gesehen. Die Barra der gesehen. Barra! Wie bist du so schnell darüber gekommen? Wir waren doch gerade noch zusammen mit dem Generator. Ich bin zu laufen. Ich auch manchmal. Ja. Barra ist einfach nur schnell. Ich bin einfach weg von euch. Aber du bist doch nie ein Mech, Alter. Ja, aber du bist schneller als ich anscheinend. Ja, ich komm in den Keller. Gut. Äh, viel Spaß euch noch, ne? Ich hoffe, ihr schafft das zu dritt. Ich würde nicht schaffen, wie der... Nein, Scherz. Ups. Am Ohrkratzen verboten. Mhm. Du darfst wirklich nichts tun, wenn ich im Gang bist. Da kommen immer die kleinen Skillchecks ganz überraschend und haufenweise. Er kämpft unten. Er kämpft. Jetzt läuft sie die Treppe hoch. Geht er weg? Hörst du das Herzklopfen noch? Er ist immer noch hier. Ich hör immer noch Poch, Poch. Poch, 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 Poch. Wir hören das Poch rennen. Ach, komm zu mich. Ach so, zu mir. In eine Richtung. Vara, hörst du das Herzklopfen noch? Ja, ja, der ist immer noch hier. Sag Bescheid, wenn er nicht mehr da ist. Ne, mach Generatoren. Ich versuch hier mal, vielleicht escape ich nochmal. Nein. Mach Generatoren. Ich bleib so lange hier und struggle. Okay. Das ist das Sinnvollste jetzt in dieser Situation. Keller ist meistens Suizidkommando. Ja, vor allem, wenn ihr kennt. Auschal, du hast halt Survivor die ganze Zeit auf der Treppe hoch. Ist er draußen? Ja, er ist bei mir. Also ich bin gerade, wo bin ich denn? Silger, bist du nah genug dran, dass du Vara retten könntest? Ich bin, ich bin, äh, ich bin um den Keller rum. Ne, ich glaube, die Zeit läuft ab. Ich versuch's aber trotzdem. Scheiße, Silger, der ist in der Nähe. Er kommt vor mir, ja. Ja, ich bin tot. Weg. Jesus. Boah, das ist so fies mit den Geräuschen. Oh nein. Och, über die Brüstung hinweg erwischt. Das darf doch gar nicht sein. Da hatte ich ne. Ja, es ist ein Rang 1er, Spice from the Shadow 3, Shadowborn 3, Deerstalker 3 und Iron Grist 3. Ach, what the hell? Nice. Da für leben wir aber sehr lang noch. Ja. Also wenn er euch einmal am, am, auf der Schulter hat, seid ihr, seid ihr toti, ne? Das kann ich euch schon sagen. Lässt er dich liegen? Ja, er hat mich fliegen lassen. Er läuft zu mir. Ich versuch erstmal Abstand zu kriegen. Hm. Ja. Dann versuch mal, Silger hochzuhallen. Ah! Scheiße, was macht er denn schon hier? Nein! Weißt du, wo Silger liegt, ja? Ja, ich seh ihn. Willger, hörst du das Herzklopfen noch? Nein, kein Herzklopfen. Ah! Ich lauf einfach und schreie. Ich lauf und schreie. Boah, warum heile ich dich so langsam? Hat er entverrückt, dass wir uns gegen... Wird wahrscheinlich ja. Katze ist an. Karlin, der ist auf. Nein! Du musst doch irgendwo hinrennen. Es gibt ja auch, ähm, nicht, ja, diese App-Ons für die Dings. Ja, das ist ja dann... Ver-tankt. Wo ist er hin? Ja. Oh shit! Ey, der Tum ist doch scheiße, Mann. Nein! Ja, komm. Es war auch keine Palette. Entweder du machst einen Generator, oder du suchst die Hedge. Mach den Generator einfach. Mach den Generator einfach. Ich... Ich find hier noch einen Generator. Ich hab ja irgendwann angefangen. Ich weiß auch nicht mehr wo. Ich re-cover mich erstmal und dann krieg ich weiter. Wo ist denn wo die Hedge? Hm. Dann liegen wir nachher alle drei um die Hedge rum, wa? Hm. Und dann kommst du drauf an, wer als erstes stirbt. Wie süß. Wer im Wissen lebt. Sich nicht zu mir! Really? Ich glaub, der, ähm, der Hillbilly steht an der Hedge, glaub ich, weil da ist... Ne, der steht bei denen da. Der steht bei uns beiden rum. Okay. Okay, der denkt wohl... Der denkt, du wirst die jetzt retten. Ah ne, der kommt, der kommt in deine Richtung. Ja, also er kommt in deine Richtung. Jetzt musst du weg. Versteck dich hinterm Baum. Ganz langsam laufen. Recovern ging früher auch schneller, oder? Ja, das kann sein, ob der Add-on hat. Ja, das beißt du schnell aus. Das heißt, der hat jetzt, glaub ich, grad gehört, dass du mit den Raben... Nein. Scheiße, du musst aufpassen, dass du keine Raben bringst. Ist gleich echt nur noch eine Frage. Oh fuck. Immer schön Kurven laufen. Nein! 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 Yo, jetzt hat er uns alle liegen. Natürlich nicht hält er auf. Legt er mich jetzt zu euch dazu, das wär nett. Nein, nicht wirklich. Ihr werdet jetzt alle drei der Reihe nach im Keller aufgehangen. Egal, wie weit der weg ist. Ja, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich wollte ja gar nicht wiggeln, weil es nutzt ja nichts. Ist der Keller in dem Häuschen da? Okay, ich geh weg. Ich robbe weg. Ihr habt aber, es gibt noch ein paar Haken, die noch nicht gemacht wurden. Oh, hi Lena! Was? Es gab noch ein, zwei Haken, die noch nicht gemacht wurden. Ich weiß nicht, in welche Richtung die waren. Guck in meine Richtung. Ich finde, er kommt zu mir. Der kommt straight zu mir. Ja, der, der Deerstalker, ne? Das ist ja dann... Hm. Ich weiß gar nicht, wo die Hedge ist. Ich auch nicht. Du die Punkte! Du die Punkte! Ja, krabbel so weit, wie es geht, weg. Ja, egal was, krabbel! Ich krabbel nicht, ich werde getragen. Ich will jetzt. Weil, dann kriegt er wenigstens keine Punkte fürs Aufhängen. Boah, Svillka, jetzt hast du mehr, mehr, ähm, Blut als vorher. Als auch vorher. Ja, ich bin wieder vollgeheilt, sozusagen. So ein Haken ist echt gesund. Hallo, Svillka. Alter, der kann über die ganze Map die Aura sehen, oder? Von den Verletzten. Ja, glaube ich. Oder ziemlich fast. Ja, wenn es Deerstalker auf 3 hat, dann schon. Wiggle jetzt, ne? Wenigstens, wenn der meint, der müsste dich durch die Hedgehe. Aber bei, bei Iron Grass 3 kann man... Ja, und! Es geht nur darum, dass der sich irgendwo verheddert in diesem scheiß Schrottplatz zeugt. Oh, Scheiße. Ja, boah. Das jetzt. What? Nee. Ernsthaft? Freundlicher. Nee, er zeigt sie dir noch, so ein Arsch. Nein, er will mir die nur nochmal zeigen, bevor er mich jetzt in den Keller schleppt. Alter, jetzt komm, wickel, er ist hart recht jetzt. Scheiße, ah, scheiße, 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 scheiße. Oh, so knapp. Mini, bitte. Was ist das ein Arschloch? Sorry, das ist echt Arschloch. Das war aber Haarknapp, ich hätte es wahrscheinlich noch... Ja, das ist trotzdem Arschig, also... Weißt, der ist Prestige für Rang 1. Hab ich doch gesagt, dass er Prestige... Wie hat er das geschafft? Ja, siehst du doch. So, siehst du. Du siehst ja nochmal kurz und du siehst das Heizdingtum.